An Ozeanrändern gibt es vor allen Dingen drei Arten von Naturgefahren. Das sind zum einen die Erdbeben, dann sind das Submarine Hangrutschungen und Tsunamis. Hangrutschungen treten überall auf der Welt auf, aber auch bevorzugt in Gebieten, wo wir Erdbeben haben. Erdbeben sind nämlich ein möglicher Auslöser von Hangrutschungen. Insofern gibt es da eine enge Verzahnung. Und beides, sowohl Erdbeben als auch Hangrutschungen, können dann Tsunamis auslösen, die vor allen Dingen einen großen Effekt an der Küste haben. Ich leite zurzeit eine Arbeitsgruppe mit dem Titel Submarine Naturgefahren an Ozeanrändern. Und wir untersuchen mit Schwerpunkt Submarine Hangrutschungen, das heißt schnelle, katastrophale Sedimentumlagerungen an den Ozeanrändern. Diese Submarine Hangrutschungen haben einmal eine generelle Auswirkung für die Entwicklung von Ozeanrändern. Sie können aber auch fatale Folgen haben. Zum einen kann es zur Zerstörung von einer Infrastruktur auf dem Meeresboden kommen. Das sind insbesondere Kabel, aber auch eventuell Bohrplattformen, die am Meeresboden verankert worden sind. Und zum anderen können Submarine Hangrutschungen auch Tsunamis auslösen, die natürlich katastrophale Folgen an den Küsten haben. Was man bisher noch nicht wirklich gut versteht, ist, warum bestimmte Hänge stabil sind, während an anderen Teilen der Hänge immer wieder Hangrutschungen auftreten. Und das ist genau da, wo meine Forschung ansetzt. Wir versuchen zu verstehen, warum Hänge stabil sind, beziehungsweise warum Hänge ins Rutschen kommen. Hangrutschungen gibt es eben eine Vielzahl an den Ozeanrändern. Eine sehr bekannte Hangrutschung ist die Storgerrutschung vor der Küste Norwegens, die vor ungefähr 8.000 Jahren stattgefunden hat. Das ist die größte bekannte Rutschung auf der Erde, von der man zum Beispiel sicher weiß inzwischen, dass die ein Tsunami ausgelöst hat, der über 30 Meter hoch gewesen ist. Eine weitere recht interessante Hangrutschung ist eine ziemlich kleine Hangrutschung von Nizza gewesen. Dort wollte man vor dem Flughafen einen Hafen bauen, hat da eine Menge Sand aufgeschüttet. Und diese Aufschüttung, dadurch, dass man eben eine schnelle Auflast gehabt hat, dadurch ist der Hang instabil geworden. Die gesamte Infrastruktur, die man da künstlich erschaffen hat, die ganzen Aufschüttungen sind gerutscht. Man findet da jetzt zum Teil noch Baugeräte in 2.000 Meter Wassertiefe. Und zusätzlich hat diese Hangrutschung auch einen kleinen Tsunami ausgelöst, der nicht in Nizza selbst, aber in einem benachbarten Ort einige Häuser und Autos zerstört hat. Um Hangrutschungen zu untersuchen, müssen wir sie erst überhaupt einmal identifizieren. Und das machen wir im Wesentlichen mit akustischen Methoden. Das heißt, wir senden Schallwellen von einem Forschungsschiff aus und untersuchen damit den Meeresboden. Wir benutzen dann zusätzlich sogenannte Seitensichtsonare. Die geben uns Informationen über die Beschaffenheit des Meeresbodens. Und dort, wo wir eine Hangrutschung haben, haben wir normalerweise eine raue Oberfläche. Und diese rauen Oberflächen können mit den Seitensichtsonaren sehr gut erkannt werden. Wenn wir dann etwas über die interne Struktur von Hangrutschung lernen möchten oder auch wissen wollen, wie häufig es Hangrutschung in einem bestimmten Teil eines Hanges gegeben hat, müssen wir in die Sedimente reingucken. Und das machen wir mit seismischen Methoden. Damit benutzen wir Schallwellen, die in den Meeresboden eindringen, an Schichtgrenzen reflektiert werden und dann wieder zum Schiff zurückgeworfen werden und dort mit sogenannten Hydrofonen aufgezeichnet werden. Und das gibt uns dann ja ein Abbild des Aufbaus der Sedimente. Und damit sind wir in der Lage, Hangrutschungen zu identifizieren. Wenn wir die Hangrutschung dann gefunden haben, dann müssen wir sie beproben. Das machen wir üblicherweise mit sogenannten Schwereloten. Das sind einfach Metallrohre, auf denen sich ein großes Gewicht befindet, was dann in den Boden gerammt wird. Und damit können wir dann eben Sedimente der Rutschung an Bord des Schiffes holen. Und das wird dann anschließend im Labor vor allem geotechnisch untersucht. Das heißt, wir wollen etwas über die Festigkeit des Sedimentes lernen und damit herausfinden, warum dieser Hang instabil geworden ist. Es gibt von Nordwestafrika eine Reihe von Hangrutschungen. In Nordwestafrika haben wir zum einen die Situation, dass wir eine Reihe von Ozeaninseln haben. Das sind die Kanarischen Inseln und die Kap-Berden. Und auf den Kanarischen Inseln, auf den Flanken der Kanarischen Inseln, gibt es eine Vielzahl von Hangrutschungen. Das sind sogenannte Schuttlawinen. Die entstehen dadurch, dass die Flanken der Vulkane kollabieren. Und das Material wird dann in einzelne Blöcke zerstört und dann an den Hängen abgelagert. Diese Blöcke, die können sehr groß sein, die können noch Kantenlängen haben von einem Kilometer und die können mehrere hundert Meter hoch sein. Was wir hier sehen, ist ein digitales Geländemodell von den Kanarischen Inseln. Wir befinden uns hier im Bereich zwischen Gran Canaria und Teneriffa. Der Übergang zwischen den blauen Farben und den grünen Farben, das ist die Küstenlinie. Also alles, was grün ist, das ist oberhalb der Wasserlinie. Alles, was blau ist, das ist unterhalb der Wasserlinie. Und zusätzlich sind auf diesen blauen Farben noch diese grauen Farben drauf. Das ist eine zusätzliche Messung, die wir gemacht haben, die uns etwas über die Beschaffenheit des Meeresbodens erzählt. Und man sieht jetzt, wenn man hier sich den Hang von Teneriffa anguckt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo man ein relativ glattes Muster hat auf dem Meeresboden. Einige Einschnitte, das sind Submarine Canyons. Das ist ein normaler Hang, der nicht durch eine Hangrutschung beeinflusst worden ist. Und wenn man jetzt ein Stück weiter nach Norden guckt, dann sehen wir einen Hang, wo wir eine Vielzahl dieser großen Blöcke haben. Und das sind eben diese Ablagerungen von einer Schuttlawine, die sehr schnell dort auf dem Submarinenhang abgelagert worden ist. Da fliegen wir jetzt direkt auf diese Schuttlawine zu. Wir befinden uns unmittelbar am Meeresboden. Und durch diesen Film kriegt man vielleicht einen Eindruck, wie groß diese einzelnen Blöcke sind. Und die Zahlen nochmal, die haben Kantenlängen, diese Blöcke, von ungefähr einem Kilometer. Sie sind mehrere hundert Meter hoch. Und ich denke, man kann sich ganz gut vorstellen, wenn eine Vielzahl von diesen Blöcken plötzlich ins Wasser rauscht, dass dadurch sehr hohe Wellen, Tsunamis ausgelöst werden können. Generell kann man sagen, dass ein Hang immer instabil wird, wenn die angreifenden Kräfte, das heißt die Gravitationskraft, eben die mechanische Festigkeit eines Hanges überschreitet. Und mechanische Festigkeit kann man herabsetzen, eben zum Beispiel durch Erdbeben. Und die Gravitationskraft kann man nicht direkt draufsetzen. Aber wenn es aufgrund von tektonischen Prozessen zu einer Versteilung des Hanges kommt, werden eben auch die angreifenden Kräfte größer. Katastrophen kann man nicht verhindern, aber man kann versuchen, die Folgen zu minimieren. Und dazu ist es notwendig, vernünftige Katastrophenschutzpläne zu entwickeln. Und diese Katastrophenschutzpläne können sicherlich nur in gemeinsamer Arbeit zwischen Wissenschaftlern und Politik entwickelt werden und im Endeffekt dann auch realisiert werden.